Musik Folgt man den Weg des Glaubens Wenn man den Pfad der Tat geht Folgt man den Weg des Glaubens Wenn man den Pfad der Tat geht Wenn man den Pfad der Tat geht Bonifatius 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 Musik Im 8. Jahrhundert unseres Herrn Ausgerüstet mit geistlichem Rüstzeug Und weltlichem Notbedarf Macht sich ein Knecht der Knechte Gottes Bonifatius Zusammen mit seinem Schüler Sturmius Auf den Weg nach Germanien Um dort das heilige Wort Gottes Unter den Ungläubigen zu verkünden Bomifatius Offen